Szene 2. Bei Peter zu Hause. Weg zum Tatort. Bob am Stiesel dreht rein. Los geht's. Wallabilla. 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 Äh. Jetzt genug geredet. Wir müssen die langhaarige und hübsche Frau befreien, die da nur mit einem String begleitet an den Balkon gefesselt ist. Ach, warum würde ich immer Balkon sagen? Oh, ich verstehe. Du hast noch immer... Ja, noch immer. So ein Ding, das sage ich einfach nicht, ne? Mikrofon ausgerichtet. Brostatter Massagegerät ist auf Stufe 3. Jetzt kannst du losgehen. Wir sind extrem gute Schwertkämpfer. Mein Name wird jeden dreieckigen... In jeder dreckigen Ecke, du Spastier. Dreieckig. Was ist denn los mit dir? Jetzt genug geredet. Wir müssen die langhaarige und hübsche Frau befreien, die da nur mit einem String begle... String. Ich bin ein bisschen heiser, aber ich kann ein bisschen rumschreien, weil ich, äh, mein Vermieter ist gestorben. Hey. Um dem Protest mehr Ausdruck zu verleihen, haben sich sage und schreibe 20 Personen mit Sekundenkleber je im Arsch eines ihrer Mitstreiter festgeklebt und so eine Art linksgrün versifften Tausendfüßer gebildet, der sich die Fähne stattlautigt. Karsten. Ich hätte mir die Scheiße mal durchlesen sollen. Karsten Pfahl. Okay. Yay! Anti-Mapping-Mobil! Hier spricht euer Hall. Ihr wisst ja, wie das in meinem Business ist. Man muss am Puls der Zeit bleiben, um diesen... Erstmal den Satz lesen wir eigentlich ganz gut. Wir sind extrem gute Geschwärtkämpfer. Mein Name wird in jeder dreieckigen Ecke gefürcht. Ach, du Behinderung. Ja, ha, 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 ha. Spaß dir. Gemach, gemach, du Abgemarderte. Abgemarderte, jawohl. Ähm. Du hast mir die soziale... Du hast mir meine soziale Nase getrochen, du Schwein. Die drei Hediktive hatten sich zusammengefunden und standen unbehaglich neben dem massigen... Massigen... Dem massigen Karsten. Super. Ausgerechnet jetzt kriege ich einen Schluck auf während der Aufnahmen. Ey, das ist mir auch noch nicht passiert. Oh nein, ey. Das gibt's doch jetzt nicht. Es heißt Hediktive. Verdammte Scheiße. Dumme Balkanschruller, du. Das ist ein Grund zum Feiern. Bringt Ricarda Lang rein. Ja, Pest, Cholera, wat david sein. Dankeschön. Gern geschehen. Warum hast du diesen armen Mann entführt und bis auf die... Den Stringer ausgezogen. Also bitte fragen, bevor du das Ding für eine Pornosynchro benutzt. Dankeschön. Ahem. Ahem. Das ist das Ding. Und das ist die wir es mit dem